Was ist denn das für ein Weg? Was? Wie kann man die Bitten nicht nutzen? Ich wollte kurz mal Energie aufladen. Ihr seid hier genau richtig. Die Handschuhe? Hey! Hör auf zu nerven, Wicht! Ey! Ich komm jetzt mit in einer Open World, ich sag ja ne? Was ist da oben? Gehen in Höhlen. Ne, warum kann ich die Betten nicht nutzen? Das ist dann das Problem mit den Betten hier. Hm. Ja, der Name bleibt auch Assassino. Ich mein ganz ehrlich, ich spiele so viel Assassin's Creed, da ist das Assassino, da muss einfach. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Gildebücherei. Schön. Ähm, Körperbau, genau. Machen wir mal Körperbau nochmal. Warte, auch schon gar kein Wangen. Würde ich wollen, nein. Aber Körperbau ist echt nicht schlecht. Ähm, warte mal, okay. Kann ich jeden schon mal Energie aufladen? Doch, ein Oku, warte mal, ein Oku könnten wir, warte mal. Jetzt habe ich die Idee. Die Idee. Bis ich auch eben da durchrennen musste, das wusste ich natürlich auch nicht, ne? Da muss ich auch ehrlich sagen, damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Naja, egal. Äh, Oku. Genau. Auch zu verkaufen. Und heute kann ich auch noch kaufen. Ich bin ja gespannt. Ich glaube, das spiegiert nur, das geht ja nicht lange, ne? Nur, nur, nur. Ja, ja, ich gehe jetzt gleich natürlich über, ne, über, über, äh, Oku. Ne, über die Heldengilde, da gehe ich weiter. So, die wird hier mit der Heldengilde. Ich hätte natürlich noch mal da hinrennen. Aber wir haben natürlich auch schon gut geskillt, ne? Wir haben ja schon sehr viel, sehr schön geskillt. Gott sei Dank. Ist mir so teuer. Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren? Nein. Stimmt, hier ist ein Bett. Ah, Gott sei Dank. Sehr gut. Ah, warte, dann mach nochmal hell. Genau, das ist jetzt mein zukünftiges kleines Bettchen vorerst. Gut, wir haben ein Bett gefunden, warum wir das nicht gleich benutzt. Was? Hat ich wieder vergessen. Ah, 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 ok, jetzt können wir mal los. Und ich hoffe, dass wir gleich da sind. Oh, ich wollte nie über eine halbe Stunde rumrennen. Jetzt braucht ihr einen guten Schwertkämpfer. Aber ja, ich bin, ne? Wenn ich Open-World-Spiele spiele. Wenn ich Open-World-Spiele spiele. Geht bei mir, gerät bei mir meistens Chaos. Das ist bei jedem so. Assassino. Assassino. Es wird sich so geil. Ein Hühnerschall kürzlich. So scheiße. Assassino. Es ist einfach mein Name. Den muss ich einfach nehmen. Ich weiß, es gibt auch andere. Aber das ist einfach der Name. Da muss ich auch gar nicht weiter gucken. Heldengelüge. Ähm. Es kann natürlich gut sein, weil ich da alles erkundet habe die ganze Zeit. Dass das Spiel es deswegen gemacht hat. Das kann natürlich sein, weil die ganze Zeit... Ich bin hier kreuz und quer gelaufen. Und hier und da lang. Dass ich das Spiel ein bisschen verwirrt habe. Ich wollte das alles mal erkunden. Ich meine, es war vielleicht noch nicht gerade intelligent, weil ich übel auf die Fresse teils auch bekommen habe. Aber... Ich hab erkundet. Das einzige, was zählt. Hi. Hm? Achso. Ja, aber jetzt bin ich richtig. Hast du mein Gesicht schon mal gesehen? Oh. Oh. Ich hab's mal gesehen. sie mit Respekt. Sie ist unsere Bürgermeisterin. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Und keine Gesetze brechen, ja? Nee, ich doch nicht. Der meisterhafte Assassino. Der meisterhafte Assassino. Okay. Was denkt ihr euch, so ungebeten hier raufzukommen? Schiebt ab. Hm. Hier drüben. Ja, okay. Aber sonst geht's dir gut, oder? Ah, ich habe schon von euch gehört. Sucht ihr nach Maze? Da würde ich zuerst in der Taverne nachsehen. Ey. Ey. Sie gehört mir. Lass meine Frau in Ruhe. Okay. Ja. Die gehört dir. Ist mir egal. Ich vögel, was ich will. Was? Ähm. So. Ja, das war klar. Sie wird im Spruch loslassen. Okay. Hier können wir auch Betten benutzen. Sehr gut. Und nochmal beim Mokul. Ah. Mensch. Deine Frau. Er ist übelst gut im Bett. Na. Wollte ich mal sagen. Danke, dass du sie mir ausgeliehen hast. Sehr freundlich. Sehr höflich. Warte hinten noch was. Wie geil. Der ist meine Frau. Mega. Ein Barbier. Kann man mit Bart? Nein. Nee, oder? Achso. Ein Barbier. Äh. Aha. 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 Mit Bart. Äh. Nee. Äh. Ich so. Ja, du Kratos mäßig, ne? Sucht ihr nach Maze? Da würde ich zuerst in der Taverne nachsehen. Äh. Nur die Spitzen schneiden oder sowas? Also bei Kratos sah es cooler aus. Sah es mal so. Äh. Okay. Vielleicht sollte ich aufhören Kratos nachbauen zu wollen. Äh. Also ein bisschen. Ja. Das ist das. Das sieht irgendwie cool. Weiß ich nicht warum. Also. An sich ist der Bart cool. Aber hier. Sieht das irgendwie so aus wie so. Äh. Irgendwie. Als hätte man nicht genug Bart. Keine Ahnung. Irgendwie komisch. So. Eigentlich ein ganz cooler Bart aber. Theoretisch. Wenn es die Faible wäre. Hat Spaß gemacht all diese Aufmerksamkeit. Was? Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber. Aber man sollte sich das nicht zu Kopfe steigen lassen. Ah. Wie dem auch sei. Deshalb habe ich dich nicht herbestellt. Dunkle Kräfte dreuen über uns. Die dein Rieseninsekt verblassen lassen. Sag mir. Was weißt du noch von der Nacht als ich dich zur Gilde brachte. Von dem Überfall auf Oak Vale. Nicht viel. Nicht viel. Darauf wette ich. Was für eine Nacht. Ich dachte die Räuber hätten deine gesamte Familie niedergemetzelt. Und dass du der nächste sein würdest. Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Deine Schwester. Es ist nur ein Gerücht fürchte ich. Genaueres weiß man noch nicht. Aber ich dachte du solltest es wissen. Und besorg dir um Himmels Willen anständige Ausrüstung Junge. Dieses Standardzeug kannst du vergessen. Habe ich gemerkt. Obwohl man eine Ausrüstung müsste. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Lord Assassino. Lord Assassino. Schnell. Folgt mir. Gott. Was tut du denn für eine. Sucht ein Grusier-Agnom. Alter. Schnell ne. Ich werde wie ein schneller. Ja gut du bist ja wie drei. Alter Schöner. Der Himmel sieht heute toll. Wehe mir. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn. Mein armer kleiner Junge. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht. Wo er diese. Komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze um ihn zu heilen. Ich würde sie ja selbst suchen. Aber ich muss für all die Sorgen. Könnt ihr uns helfen? Hier entlang. Folgt mir. Ja. Okay. Kann dir helfen ja. Pilze sammeln. Ja. Gutes Küchen. Mein Körper besteht aus Zucker. Hoffe ich falle nicht in eine Teetasse. An Aussichtspunkte. Ja. Ich will ein Bier. Such dir einen Schwertkämpfer. Ja. Oof. Okay. Ich weiß noch nicht wo es jetzt so diese Art Pilze gibt. Hey Mann. Hey. 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 Wenn ihr ganz still steht kann ich euer Skelett sehen. Mh. Echt abgefahren Mann. Ich glaube die haben ein paar von ihm genommen. Ihr seid schon der Gilde. Stimmt's? Mann. Toller Ort. Hey. Wenn ihr dorthin zurückkehrt findet ihr vielleicht unseren Pilz. Ich stand auf diesen Trittsteinen in dem Teich wo die Tür spricht. Mann. Er flog mir förmlich aus der Hand. Wann? Da da standst du ja in dem Teil wo er über die Tür spricht. Gott danke. Dann hole ich den Pilz und gebe das der der Dame. Wir sind ja nette Attaciner. Gut. Wir sind ja ein netter Assessiner, das finde ich aber so geil, du kannst halt dich Assessiner nennen und aber immer noch entscheiden wie du sein willst, das finde ich cool, als der Titel nicht an die Taten gebunden ist, das ist auch sehr oft, ich glaube das war hier, ich glaube ja, das ist ja auch sehr oft bei so einem Spiel, bei einigen Spielen, dass die Titel, wie viel habe ich denn davon? 20, ich habe einen, ah ja. Euer Weg ist dunkel, nur Licht offenbart ihn und ihr seid nicht helle genug. Ich muss mal gucken, wo ist der jetzt, wo ist der jetzt hingefeuert? Hm. Hm. Oh, my God. 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 Oh, my God.